Hallo. Hallo Mädchen. Da sind wir wieder. Die zwei Bekloppten, die versuchen ein Rätsel zu lösen. Du hast schon angefangen, oder was? Ich weiß nicht. Ist das denn schon eine Rätsellösung? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Das check ich grad noch gar nicht. Äh. Fuck. Da schon mal nicht. Äh. Hey, wie sollen wir denn? Wart mal. Jetzt möchte ich auch mal rumprobieren. Ah. Okay. I think I got it. You know. So. Dann. Jetzt. Jetzt. Bin ich überfragt. Hä? Wo hast denn du jetzt den blauen? Hallo. Achso. Ne. Mach das mal. Mach das mal. Ne. Woll mal. Ich muss das machen. Sogar. Glaube ich. Wenn ich das jetzt da hin mach. Ungefähr. Kommen wir da hin mit dem Katapult? Bestimmt nicht. Ja. Oh. Oh. Und jetzt? Perfekt. Äh. Und jetzt musst du das machen und das andere Ende da hin machen. Genau. Und jetzt müsste man eigentlich bis zu den Dings kommen. Aber wie ist denn hier noch ein Knopf? Weiß ich nicht. Brauchen wir einen Knopf? Fuck. Brauchen wir einen Knopf? Der schwer jetzt playt. Ja. Ich glaub schon. Da müssen wir den Ball hinbringen. Ach. Komm. Echt jetzt? Ähm. Ja. Wir müssen den. Äh. Warum bin ich jetzt? Warum bin ich denn jetzt hier drin gelandet? Äh. Jetzt hast du irgendwas kaputt gemacht. Ja. Äh. Moment. Guten Tag. Ja. Hängst du hier auch so rum. Ein bisschen. Ich häng fest. Äh. Nein. Ich bin unten drunter. Ich fahr gleich runter. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Autsch. Abschuss. Wupp. Äh. Wir haben das Knöpchen gedrückt. Was jetzt? Äh. Wir müssen nach da drüben. Da gibt's glaub ich den Ball. Achso. Wir müssen den Laser dahin leiten. Da gibt's glaub ich. Jetzt. Jetzt steck ich hier schon wieder fest wegen dir. Ich glaub dass da der Ball ist. Ja. Oder? Du musst glaub ich den Laser hinleiten. So. Ja. Und wo kommt der Ball jetzt raus? Ich weiß nicht ob es noch einen Ball gibt. Gibt's denn überhaupt einen Ball? Mach doch mal. Äh. Ne. Hier fällt ein Würfel die ganze Zeit runter wenn du einen Knopf drückst in der Mitte. Ah ja. Warte mal. Das Ding hier. Äh. Ja. Den kann ich ja nur aus der Luft fangen. Das wird doch nix. Äh. Ja. Hier. Warte. Äh. Geh mal rein. Lass mal. Lass mal. Äh. Einen rausfallen. Ob du den kriegst. Ne. Mach mal das Portal noch ein Stück weiter nach da drüben. So. Jetzt kriegst den. Oh nein. Der wandert falsch rum. Ne. Er kommt jetzt hier. Hallo. Komm her. Ja. Ich krieg ihn nicht. Du musst ihn. Sehr gut. Nein. 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 Untergefallen. Aber ich bin wieder da. Ähm. Und wie kommen wir jetzt wieder da? Scheiße. Nein. Ich will doch. Nein. Oh Mann. Ey. Fuck ey. Er kommt ja hier mit einem Problem an. Das ist so herrlich. Der. Der ewige Strudel. Nein. Du hast es weggemacht. Du Arsch. Was? Ja. Hast du gehört? Warum machst du das mit mir? Warum machst du das mit mir? Jetzt mach doch mal hin. Laber nicht. Ja. Warum machst du sowas mit mir? Wo willst du denn hin? Ja. Jetzt mach mal wieder hier deine Punkte. So. Sogar höher. Jetzt gehst du nicht da hin. Da hin. Da hinten hin. Wo? Da hinten hin. Hier oder was? Da bitteschön. Ja. Dann passiert doch wieder genau dieselbe Kacke. Ne. Lass das mal den Papa machen. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. So. Ob das für dich jetzt so... Na hängst fest? Nein. Guten Tag. Nein. Jetzt sind wir schon wieder hier. Oh nein. Nein. Hier wollte ich doch nicht hin. Das ist doch falsch. Du willst doch zum Laser. Ja. Jetzt bin ich hier komplett falsch. Dann bist du auch echt ne Floppe. So. Dann drehen wir noch ein Rundchen. Dann haben wir noch Zeit. Äh. Welches muss ich jetzt... Oh ja. Perfekt. Ich bin so gut. Ich hätt's dir auch leichter machen können. Aber gut. Warum leicht, wenn's auch umständlich geht. Oh scheiße. Das sollte nicht so sein. Hallo. Guten Tag. Wo soll denn der Laser jetzt hin? Nach da drüben oder was? Mhm. Ja. Da brauchen wir noch so einen Scheißwürfel. Wozu denn? Ja, weil du das... Aber dann geht der hier kaputt. Ja? Ja. Kriegen wir nur einen? Ja. Bist du dir sicher? Weil da hinten können wir ein Portal... Aber wie sollen wir denn den Scheißstrahl da um die Ecke lenken? Fuck. Nee, geh mal runter. Komm mal aufs Katapult. Du kannst hier drüben den Laser hinsetzen. Wo? Da. Ähm. So. Okay. Aber da bräuchten wir noch einen Würfel. Weil der ja nicht um die Ecke geht. Vor allem müssen wir... Fuck, warte mal. Wir müssen auch noch da drüben. Scheiße. Was hast du denn jetzt gemacht? Hä? Jetzt soll der Laser weg. Ach, hier. Nee, guck mal hier. Da kannst du den Laser draufrichten. Jetzt müssen wir nur auch kriegen. Hö. Das hast du natürlich da oben weggemacht. Das war nix. Äh. So, warte mal. Ich weiß jetzt, wie wir das machen. Pass mal auf. Geh mal... Geh mal hoch zum Laser. Dass du da hinkommst. Ah ja, wieder über die Katapulte und sowas. Wie sind wir denn eben da hochgekommen? Warum hast du auch dein Portal da weggenommen? So. Reicht nicht. Ja, du musst ja auch nochmal hin und her. Jetzt. So. Jetzt setz du mal dein hellblaues da oben so, dass du den Laser fängst. Okay. So, jetzt gehst du wieder runter aufs Katapult. Lässt dich wieder in den Strahl schießen. Mhm. Und setz dein dunkel... Nee, dein dunkelblaues mal da auf die rechte Seite. Nicht mittig. So, genau. So, jetzt gehst du aus dem Strahl wieder raus. Gehst wieder aufs Katapult da unten. Aber nur auf das, bis du drüben bist. Und jetzt läufst du runter in den blauen Strahl. Unter dir. Oh nein. Oh, du bist echt ein Depp. Ich bin auswärts nicht auf meinen Knopf gekommen. Warte mal. So. So, ja. Achso. Jetzt einfach reinlaufen. Durchknallen. Dein Herz. Ich bin einfach durchgefallen. Ich komm nix dagegen machen. Jetzt hör doch mal auf, mich fertig zu machen. So. Ich muss wieder hoch. Achso. Jetzt sind alle Portale weg. Oh Mann. Ja, sonst mal hier oben wieder dein Portal. Oh Mann. Ich geh kaputt. Oder warte. 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 Ah, passt doch so. So. Komme. Ich werde... Ich werde... Ja, ja, ja. Jetzt kommen wir wieder die billigen Ausreden. Ich werde wieder durch. Okay, gut. Ja, merkst du was? Merkst du was? Ja, und jetzt? Ja, jetzt kommst du mal hierher. Die ungedulden. Jetzt setzt du dein blaues Portal dahin. Dein dunkelblaues. So. Ähm. Jetzt haben wir's. Yay. Ähm. Immer. So, geht doch. Das gehört nicht zum Test. Ich glaub, das waren jetzt 10 Minuten für das Rätsel. Ja, das war ja auch sehr schwierig. Hm. Auf zum nächsten. Ich glaub, das wird noch eine lange, lange Session. Orange, wie gut kennst du Blue, Mäke? Wie gut kennst du Blue, Mäke? Wie gut kennst du Blue, Mäke? Vertraust du Blue? Ja. Dem vertraue ich keinem, Mäder. Hey, was ist denn das jetzt? Was passiert denn da? Ach, da geht er dann in die andere Richtung, oder was? Ja. Ach, du Scheiße. Jetzt wird's tricky. Tricky, tricky wird's. Aha. Da geht's schon mal abwärts. So, warte mal. Nicht, äh, andere Richtung. Danke. Hölle. Okay. Danke. Ach, da ist ein Würfel. Sehr gut. Fabi. Ja, jetzt. Und? Jetzt darfst du gleich in die andere Richtung. Leg los. Kannst du dich auch fallen lassen, oder? Maja, jetzt. So. Wo sollen der jetzt hin? Ach so, da oben. Ah, nee. Mach mal, mach mal dein, äh, türkises da hin. Äh. Ach, scheiße. Quatsch. Du weißt, was ich meine. So, jetzt müssen wir nur... Wie kriegen wir denn jetzt den scheiß Würfel da in das Blaue rein? Ja, mach's auf dem Katapult. Scheiße, ich hätte ihn da einfach drin lassen müssen. Das trifft doch mit dem Lähnen nicht, oder? Doch. Natürlich. Sehr gut. So. Klack. Alles super. Das wird doch wohl nicht das ganze Rätsel. Echt jetzt? Nur zur Klarheit. Ich fragte Orange gerade, ob er dir vertraut. Ich vertraue dir. Du bist mein Lieblingstestsubjekt. Was? So eine Durchschwitzung. Ach so, halt, war für mich, ja, stimmt. Steht wohl auf. Roboter mit Monopraue. Ja, natürlich. Wer nicht? Wenigstens krieg ich die ganze Zeit die extra Punkte. Du. Das ist mir an Orange noch gar nicht aufgefallen. Oh, es geht weiter. Orange, möchtest du etwas sagen? Wolkenpause, oder ist noch was zu früh? Nö, wir können noch. Nein! Wieso ist das jetzt passiert? Weil du doch nicht da rein solltest, weil dann die Portale weg sind. Ja, das wusste ich doch. Ich wollte nochmal testen, ob du das auch weißt. Ja, schick mich mal auf eine Reise. So, wo kann ich jetzt schnell Portale hinschießen? Äh, äh, da. Okay, Moment. Ach, wie schön. In so einem komischen... What? Ja, nice. Was war das? What the fuck? Warum hat mich das Ding da gehauen? Was soll denn denn? Hä? Was für ein Ding denn? Ich hab da von diesen komischen Stachelteilen eine geballert bekommen. Ja, lass mich mal machen. Warte mal, jetzt will ich... Ich will mal das ausprobieren. Moment. Wenn ich denn jetzt das da hinmache. Und das hier. So, dann... Und da krieg ich eine gewischt. Dann geh ich doch jetzt einfach mal hier raus. Geh hier hoch. Jetzt warte ich ein Momentchen. Jetzt bevor ich da bin, jetzt geh ich... Hier rüber. So. Ja. Leck mich. Bis in der Ecke. So. Ja, Orange. Wir sind allein. Du hörst dich nicht. Warum geht's jetzt in die andere Richtung? Böse kleine Maschine. Warum soll ich denn das machen? Okay, ähm... Ja, jetzt müssen wir die Portale tauschen, ne? Mhm. Fuck, ey. Ich kann da überhaupt keins hinschießen. Wo dein... Äh... Na? Dein dunkelblaues ist. Oder lila. Super optimal. Hast du nicht bei dir irgendwas? Ich kann nur die Richtung ändern. Ach ja. Ach so. Ja, dann kommst du ja... Ach ja, klar. Jetzt check ich's auch. Kommst du ja da raus. Du musst rüberhüpfen. Nein. Nicht in das. Geht nicht. Mach in die einfach Richtung. Da, wohin? Jetzt wartest du bis zu... Ja, jetzt doch noch nicht. Erst wenn du drüber bist, dass du reinfällst. Genau. Ja, ganz einfach. Oh, ich werde fast danach. Das ist ein alter, du. Die ist echt ganz schön bös. Ja, und die ist schon ein fieses Teil, du. So. Ihr habt es beide geschafft. Ungeachtet dessen, was ich auch versuche, euch zu entzwein oder zu zerstören. Testen wir weiter. Will keiner von euch den anderen übertrumpfen? Als wärt ihr nur Maschinen. Hä? Check gerade noch nicht ganz, was wir machen müssen. Ach. Oh. Okay, warte mal. Ups. Woanders kann ich es irgendwie nicht hinschießen. Du musst rüber. Schieß mal. Geh mal rüber. Schieß mal dein, äh, eines Portal dahin und das andere dahin. So. Nein? Du hättest auch zurück, auch drückwärts gehen müssen. Was hätt ich? In die andere Richtung. Geh nicht. Es geht nur aus. Hä? Du hättest drauf halten müssen. Nochmal. Nochmal. Wo muss ich hin rüber? So, jetzt kehr um, kehr um, kehr um. Zu spät. Ne, doch nicht. Kehr um. Ja, drauf halten. Ich weiß nicht, was der macht. Du musst drauf stehen bleiben. So, jetzt. Ja, aber, was willst du denn bei mir? Hä? Hier gibt's nix. Du musst noch nach da oben. Jetzt ja schön. Sein Ernst jetzt? Na gut, jetzt. Okay, dann. Äh, okay. Moment, Moment. Doch, warte mal. Oder? Doch, warte mal. Doch, du musst doch zu mir. Na, natürlich. Ja, jetzt mach mal lieber dein Portal und mach nochmal dieselbe Show, wie wir eben gemacht haben. So. Und zwar bleibst du dann mal jetzt auf dem Knopf hier stehen. Ach, hier ist doch noch ein Knopf. Und da ist auch noch einer. Okay. Hä, wo müssen wir denn hin? Da rechts oben ist was aufgegangen. Hä, wo müssen wir denn hin? Wir müssen doch noch ganz oben. Aber warum? Ich tu mal raus. Wo raus? Dann gehen meine Portale weg. Hier kann man ein Portal setzen. Hier, guck. Wo, wenn ich jetzt das Ding hier mach, dann kannst du nach oben. Ja, aber ich komm nicht in den Dings rein. Wenn ich jetzt rausgehe. Dann ist er weg. Achso, stimmt. Deswegen. Geh mal, geh mal grad in den, in den Strahl und komm mal zu mir. Ich hab grad. Geh du, geh du mal auf den Knopf. Auf den Knopf hier. So. Wenn ich jetzt rausgehe. Dann sind sie weg. Jetzt müsstest du da einen noch setzen. Ne, warte mal. Dann passiert ja genau dasselbe. Das ist doch scheiße jetzt. Fuck. Uah. Das wollte ich nicht. Ähm. Hä? Ich hab jetzt auch grad keine Idee. Vielleicht müssen wir da hoch. Okay, warte mal. Ich mach jetzt. Ja, das hab ich ja gedacht. Das klappt aber nicht. Auf dem Weg. Der ist der Weg. Warte mal grad. Mach mal andere Richtung. Ah, nein. Ach. Na ja, das ist eher gut. Ja, ich weiß, du warst das, Blue. Tu nicht so stolz. Aha. Nein. Oh, Alter. Ja, wieso denn? Ich geh doch nach oben. Nein. Ja, fuck. Hier wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Ja, wieso gehst du denn nicht nach oben? Nach oben kannst du durch. Nein, dann gehen meine Portale weg. Und dann fall ich wieder runter. Dann fall ich direkt da wieder runter, weil da ist mein rotes. So. Deswegen geh ich jetzt hier hin. Jetzt lass ich mal überlegen. Jetzt schieße ich den blauen. Ne, den blauen hab ich ja gar nicht. Den roten schieße ich da hin. So. Wie kommst du jetzt da raus und in den scheiß Strahl rein? Das ist die große Frage. Nicht, wenn du da durchgehst. Hä? Das geht ja auch gar nicht, weil da so eine Glasplatte ist. Was ist denn das für eine Scheiße? Boah, geht mir das auf den Sack. Puh. Geht mir das auf den Sack. So, weißt du was? Cliffhanger. Wir machen jetzt hier eine Folgenpause. Oder? Das ist doch mal fies. Auf jeden Fall. Ne? Will ich schon sagen. Gut. Also denne. Bis zur nächsten Folge. Tschö, tschö. Und ob ihr richtig liegt, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja.